wir werden das jetzt wieder so handhaben tag 28 wir werden das wieder so handhaben wir werden systematisch alles abgehen dahinter ist das ding da fangen wir hier nämlich an und dann sollte das auch klappen glaube ich ein ganz gutes system systematisch weil sonst werden wir uns dumm und dämlich wenn wir sonst wo lang laufen systematisch die räume ablaufen dann sollte das tatsächlich funktionieren hier ist nichts gehen wir runter es fehlt noch ein bildfragment wir fangen hinten an genau hier musik zimmer hier ist allerdings nichts das ist immer fast eine tür sehen oder vergessen so hier ist auch nichts also anders kriegst du dieses bild wahrscheinlich auch nicht gefunden als wenn du das so systematisch abgehst denn das haus hat ja bonnmas zimmer ich hab's jetzt nicht gezählt und da du ja keine karte hast ich meine ich könnte mich jetzt hinsetzen und mir so ein grundriss oder sowas zeichnen und dann einfach die zimmer abixen die ich schon abgegangen habe und so finden aber hallo ist ja ein arbeitsaufwand und gleich so jetzt gehen wir wieder hier in den seitenflüge oder klauen es oder eigentlich sein sollte ein bisschen die nase so speise kann man hier gibt es nichts fernsitz zimmer hier ist hoch nicht ich mag clowns nicht habe ich das schon mal erwähnt ich glaube ja wahrscheinlich wird er jetzt noch ein paar mal sitzen da sind batterien aber wir haben gerade noch ich glaube heute wird es so der clown nervt mich stark so jetzt raschelt es bestimmt gleich wieder hier ist nichts das pflanzenzimmer hier ist auch nichts die letzten tage ging ja relativ flott mit dem finden von den sachen so dann haben wir hier eine tür hier ist aber nichts ich mag denn das zimmer ist glaube ich so mein favoriten zimmer da sind streichhölzer das ankleidezimmer da sind neue batterien oder das sind batterien laden wir mal nach das ist ein bildfragment noch ich habe jetzt leider schon wieder vergessen welchen tag wir haben 29 da geht es auf der flur das kommt man dann nicht der obere teil hier ist nicht die tag 29 habt ihr gerade den schatten mit dem messer gesehen da sind schlüssel oha da war gerade ein schatten mit einem messer an der wand also hier an der wand das haus will mich umbringen ok wir haben schlüssel gefunden das heißt ich muss irgendwo hingehen wo noch zu türen sind die etage unten drunter hatte noch zu türen eine zumindest ich glaube die war das ja da ging es zum uhrenzimmer ok halt wir haben oben noch nicht in den letzten raum reingeguckt das müssen wir machen nicht dass da das bild drin glaube ich zwar nicht weil das das letzte mal das bild oder beim ersten mal das bild glaube ich drinnen lag genau aber reingucken einfach damit was abgehakt haben im kopf so dann können wir hier durch den gang nämlich da ist das uhrenzimmer ok die türenzimmer hier aber nichts sehen ob wir es schaffen bevor uns den hinweis gibt da haben wir batterien aber die gehen jetzt noch küche aber hier liegt es nicht wenn wir auch noch den anderen flügel von dem haus da gehen wir jetzt dann gleich hin schachzimmer hier ist es auch nicht so na hallo nehmen die doch auf so fangen wir oben an also fangen wir hier an gibt es ja nur ein zimmer wo wir gucken können da ist es aber nicht hier ist noch die verbindungstür nach dort da gehen wir dann hin jetzt gucken wir erstmal ganz oben da war es wieder wo habe ich linda getötet das wäre ja mal der oberhammer da ist es auch nicht das wäre echt der oberhammer weil ich das sah aus wie so ein mann der eine frau hat hier ist es auch nicht hier auch nicht oder hier ja ja krieg dich ein hier auch nicht wo in gottes namen ist der letzte teil des fotos ja wo sag's mir ich habe fast alle zimmer durch hier stimmt nicht ein teil fehlt noch oder mehrere zimmer eigentlich hier hier haben wir nicht mehr zimmer und hinter diesem zimmer aber auch noch zimmer Da ist auf jeden Fall dann auch eine Batterie. Ist das eine Quitschende? Hier ist es nicht. Hm, langsam gehen mir die Optionen aus. Muss ich dafür rausgehen? Ich meine, ich kann es versuchen. Hm, really strange. Ich glaube, ich habe alle Zimmer gesucht. Aber da unten war ja noch ein verschlossenes Zimmer. Hm, hallo Clown. Da unten liegt es auch nicht. Stommer rausgehen wir. Und hier habe ich eigentlich alles durchsucht. Jo, ich hoffe, er gibt mir einen Hinweis. Ich habe schon alle, ich gehe jetzt mal noch raus. Weil Räume habe ich eigentlich alle durch. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was ist das? Jetzt hängt er wieder hier an der Türschwelle Hier geht es weiter Ich war hier überall schon Mensch Junge, sonst bist du auch immer so klug Sag doch mal, wo ist das? Letztes Stück vom Gemälde Ich sollte mich nochmal in der Küche im Obergeschoss umsehen Küche im Obergeschoss, okay Aber war ich da nicht? Okay Warte, warte, warte Hier ging es irgendwo durch Hier war irgendwo eine Küche Glaube ich Hier ist eine Küche Wo hier liegt es? Ach doch, da liegt es doch Man soll da immer ordentlich hingucken Die Puppe Tschakki Es fällt mir wieder ein Es war die Puppe Mit ihr hat alles Böse in diesem Haus begonnen Sag ich doch Tschakki Tag Nummer 29 Jo, voll letzter Tag Oh yeah So langsam rennt mir die Zeit davon Ich brauche den Schlüssel zum Friedhofstor Jo Ich mache jetzt hier aber mal eine kurze Pause Denn ich habe Hunger Und wir sehen uns nachher wieder Tschö tschö